Bruder Michael Gebet vor dem Gnadenbild von Kür Mit heiliger Ehrfurcht erfüllt, knie ich mich vor dein Gnadenbild hin. Blutige Tränen weinender, mit Gnaden glänzender Jungfrau Maria. Meine Augen füllen sich mit Tränen, wenn ich über das damalige Leiden der Kirche und über deine Gläubigen nachdenke, weswegen du, unsere barmherzige Mutter, an diesem heiligen Gnadenort, drei Stunden lang blutige Tränen vergossen hast. O Maria, wende deine Augen voller Tränen der Kirche deines heiligen Sohnes auch heute zu. Hab Mitleid, Erbarmen und auch mit mir Und schenke mir die Gnade, dass mein Herz von heiligem Eifer entflammt wird, damit ich meine Sünden vollkommen bereue, mein Leben bessere und deinen heiligen Sohn in ich liebe. Gib mir ein liebeglühendes Herz für den Herrn. Meine Kummertränen vereine bitte mit deinen blutigen Tränen und bringe sie als Sühneopfer dar, damit ich Barmherzigkeit bei deinem heiligen Sohn Jesus Christus erlange. Amen Jungfrau Maria, die du in den Himmel aufgenommen bist, bitte für uns. Königin der Barmherzigkeit, die du für uns blutige Tränen vergossen hast, bitte für uns. die du in den Himmel aufgenommen bist, Königin der Barmherzigkeit, den Sie in den Himmel aufzählen, den Sie in den Himmel aufpassen. Königin der Barmherzigkeit,